Das hat sich bestätigt, wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, wir konnten uns nicht durchsetzen, wir haben zu gemächlich gespielt und ich habe das in der Pause angesprochen und dann war die zweite Halbzeit besser, war besser provoziert, war besser umgesetzt auch und am Schluss ist dann hektisch geworden wieder, weil wir einfach auch noch zu wenig Ruhe in uns haben. Und zu sagen, okay, wir lassen den Ball laufen und jedes Mal, wenn du den Ball verlierst, hat der Gegner natürlich nicht die Möglichkeit, einen Angriff zu betätigen und ja, das ist das, was wir besser machen müssen und nach versprechen. Das war ein bisschen, aber wenn wir uns nicht, dass wir uns nicht mehr machen können, wenn wir uns nicht mehr machen können, dass wir uns nicht mehr machen können, dass wir uns nicht mehr machen können. Vielen Dank. Ich kattel die Räder für den Sieg heute. Man hat gesehen, dass das Mittelfeld dann wegen des Fehlen von Hamdi gelitten hat. Hamdi hat eine ganz große Rolle mit ihnen gespielt, offensiv und defensiv. Haben die Ersatzspieler von Hamdi auch die gleiche Leistung gezeigt? Wie zufrieden sind sie mit der Leistung der Ersatzspieler? Hamdi ist jetzt weg und hat das offiziell angekündigt, dass er dann gewechselt hat. Werden Sie neue Spieler verpflichten in dieser Position, die Ihnen helfen können? Hamdi war natürlich ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Er ist jetzt aber nicht mehr da. Und andere Spieler, die spielen, die spielen anders als er. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie da Urteile abgeben oder vergleichen, der mit dem. Jeder Spieler ist individuell. Und wir müssen schauen, oder der Spieler selber muss schauen, dass er die beste Leistung erbringen kann. Und ich als Trainer muss schauen, dass ich das Beste zusammenfüge oder versuche, das Beste zusammenzufügen, damit wir erfolgreich sind. Und das hat dann nicht jetzt speziell mit dem einen oder mit dem anderen Spieler zu tun. Hamdi, natürlich, war die Ersatzspieler mit mir sehr wichtig und es gab eine große Herausforderung mit mir. Und das war mit der Ersatzspieler mit mir in die Ersatzspieler. Aber ich habe keine Ersatzspieler, ich liebe mich, dass ich die Ersatzspieler selbst verletze, die erinnere, die erinnere. Und ich habe als Moderatorin, dass ich die Ersatzspieler mit mir zu sehen und dass die Ersatzspieler mit ihm zusammenfügt. Aber ich habe keine Ersatzspieler, die Ersatzspieler mit ihm und erinnere. Ich habe keine Ersatzspieler mit ihm und erinnere. Ich habe alle Ersatzspieler mit ihm und erinnere. Ich habe alle Ersatzspieler mit ihm und erinnere. Aber ich habe keine Ersatzspieler mit ihm und erinnere. Und wir können uns in der Ersatzspieler mit einem guten Ersatzspieler mit ihm. Wir müssen uns stärken, wir müssen neue Spieler holen, suchen. Aber es ist aktuell noch nicht zu weit, dass wir da schon Verpflichtungen bekamen. Wir müssen eine große Herausforderung machen, um die Ersatzspieler zu machen. Wir müssen uns auch immer wiederholen. Wir müssen uns immer wiederholen, das ist immer wiederholen. Und das ist immer wiederholen. Aber wir haben keine Ersatzspieler mit einem Schraub. Wir haben keine Ersatzspieler mit einem Schraub. Und wir haben keine Ersatzspieler mit einem Schraub. Wir müssen trotzdem messen. Wir müssen noch einmalLEX SGAgeben werden. Das ist die größte Ersatzspieler mit einem Schraub. Und das sollte heute noch Chloe wissen. Wenn wir schon wiederholen können, sondern es ist kein Ersatzspieler zu können. dass sie Rotation machen können oder rotieren können. Man sieht schon, sie spielen alle 48 Stunden fast dann ein Spiel. Und trotzdem machen sie viel Rotation, sie wechseln viele Spieler, aber alles sieht ähnlich aus, was die Aggressivität angeht, was die Offensiv angeht. Die Mannschaft zeigt fast die gleiche Leistung immer, obwohl dann viele Spieler rein und raus gehen. Hat das ihnen geholfen, dass sie einen großen Kader mit qualitativ guten Spielern haben? Ja, das ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn man so viele Spiele hat, so viele Meisterschaften und Turniere spielt, dann ist es wichtig, dass man natürlich auch rotieren kann. Es geht nicht, dass fast immer die gleichen Spiele, weil irgendwann bist du müde. Und das haben wir jetzt auch gesehen, dass es schwierig ist. Und dass natürlich Champions League mit dem Highlight, mit dem Finale, mit dem Sieg, dass da ein bisschen Druck weg ist und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir das jetzt auch gut zu Ende bringen, dass wir die Spannung halten, dass wir uns natürlich auch quälen, da muss man manchmal auch quälen. Und das ist gut, weil die Spieler, die hier dabei sind, die haben ja jetzt auch zehn Monate, oder fast alle zehn Monate mit uns mittrainiert. Also das ist das Gleiche, wir versuchen allen das Gleiche zu vermitteln, okay? Und mit dieser Rotation ist es natürlich so, dass wir das gleiche System spielen, dass der Spieler weiss, okay, wir attackieren oder wir ziehen uns zurück oder wir wollen lange Bälle oder wir wollen kurze Bälle. Und das ist gut, wenn das natürliche Allgemein betecken. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir die Einwanderung im Ausland haben, bei der Haltung der Völkste, was wir uns mit einer anderen Seite haben. Und der Vorteile der Le Figur, der Musik wird in der Leib sein. Er braucht es sich auf eine andere Stelle für ein Ziel zu machen. Man muss sich'n auch ein Teil weiterentwickeln. Und du kannst das Ziel an. Du kannst dich mit der Leibfunk-Volgen schauzen. Das ist für die Leibfunk. Das ist wichtig, dass die Leibfunk wir in der Leibfunk-Volgen. Das ist wichtig, dass die Leibfunk an der Leibfunk-Volgen. Das ist wichtig, dass die Leibfunk-Volgen. Die Leibfunk-Volgen haben wir 10-Johen. Ich glaube, dass wir alle drei Wochen wiederholfen haben. Ich habe es zusammengefasst. Ich gratuliere dann für den Sieg, ein ganz wichtiger Sieg und wir kommen näher zu der Meisterschaft. Ihre Mühe mit der Mannschaft sieht man mit den Spielern individuell, aber auch mit der Mannschaft als Ganzes. Wann sehen wir die Ahle-Spieler vor dem Tor schießen genug Tore? Ja, wir hoffen schon beim nächsten Spiel. Wenn ich meine Anshallah-Matschig gehe. Ganz viele Spiele vergeben zu viele Chancen und alle geben zu viel Mühe, dass wir Chancen kriegen, aber die Chancen, die wir geben werden, sind zugekauft. Ja, klar. Aber es gibt keine Mannschaft, die jede Torschanse verwertet. Und wir schießen viele Tore, wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und wir haben trotzdem noch viele Torschanse. Und da müssen wir halt einfach auch konzentrierter sein, bewusster sein, noch aggressiver. Und das ist, natürlich kann man das auch im Training dann schulen, aber wir haben alle drei Tage, alle vier Tage ein Spiel. Also es ist schwierig regelmässig zu trainieren und das kann man eigentlich im Training, muss man das immer wieder verlangen. Und das ist die Schwierigkeit, weil man eben nicht mit allen Innen regelmässig trainieren kann. Also, das ist wichtig, dass wir die Schwierigkeiten haben. Wir brauchen, wir sind im ersten Teil der Durchsicht, also in der Durchsicht, mit einem anderen Stadler zu werden. Also, wir brauchen viele Menschen, die sich in der Durchsicht zu machen. Aber wir brauchen viele Torschanse, das ist wichtig, wir brauchen eine Schraße, eine Schraße, eine Heduss am Rammel. Und wir brauchen eine Schraße, die sich in der Durchsicht zu werden. Und wir brauchen das eine Schraße ein bisschen zu machen, aber wenn wir alle 48 Stunden mit dem Torschanse haben, dann werden wir auch noch mehr so machen. Ich bin aber auch froh, dass wir uns viele Möglichkeiten heraufspielen, weil das heißt auch, dass wir uns Torschrassen heraufspielen. Aber klar, als Trainer auch oder die Spieler auch wären sicher auch selber froh, wenn wir noch mehr Tore schießen würden. Und das ist auch Arbeit, das ist Konzentration und da können wir weiter daran arbeiten. Ich bin mit dem Erwerb und bin ich ein anderes, aber ich habe sehr viel Vorteil für die Fortschrassen, weil das diese Fortschrassen wir, die wir machen wollen. Aber ich glaube, das ist auch die Lerwebe, ich bin sicher, dass die Fortschrassen, die ich mit den Fortschrassen und die Lerweben zu schießen. Als Sie sagen, ich habe die Fortschrassen, wir müssen auch mehr Trenkirchen und Schörsen und die Schraße machen. Herr Niedern, ich gebe euch noch ein paar Minuten.